...besorgt. Erstmal ein Klicksbringer. Oh, alle ein Herzchen rein für Medi. Alle ein Herzchen rein für Mediamarkt. Alle ein Herzchen rein. Als nächstes habe ich dir auch noch was für dich. Oh, wie süß, wie süß. Das ist süß. Dass du meine kleine Prinzessin bist. Ja, grenzwertig, aber trotzdem nett, du hast an mich gedacht. Und das größte Geschenk kommt jetzt. Weil ich gemerkt habe, du bist super und du bist ein sehr guter Mann. Und du bringst so viele Leute zum Lachen. Und ich mache sehr viele gesund. Ich habe mir gedacht. Ein wunderschön. Parfüm Schuh. Passt zu deiner Art, du kleines Mädchen, hast mich verstanden. Ich bin der Letzte, die dir was schenken würde, okay? Du bist ein Mann, du triffst High Heats. Deswegen habe ich dir ein High Heats-Parfüm gekauft. Hast du mich verstanden? Mach dich auf... ...durch mich so viel Berühmtheit erlangt hat. Aber das lassen wir nicht zu. Ich lasse mich doch nicht hier fertig machen. ... ... ...